Hi. Hi. Was kann ich für dich tun? Bis wohin geht denn bei dir das Alphabet? Was? Bis wohin das Alphabet bei dir geht. Bis Z? Ja, weil du das Tattoo-Alphabet gemacht hast, nur bis F. Das geht ja nicht von A, nur bis F. Stimmt. Siehst du? G. Die Gurke. Eine Gurke bezeichnet man so in diesen Tattoo-Kreisen als schlechtes Tattoo. Was ist denn das? Eine Gurke? Wenn es irgendwie verblowt ist oder kacke aussieht. Also mit einer Gurke ist ein schlechtes Tattoo gemeint. G. Wie Gästspot. Das kann man sich herleiten. Das ist ein Gastplatz, wenn ein Artist, ein Tätowierer, ein Piercer zu Gast in einem anderen Studio ist und da eine Woche oder ein Tag das übernimmt, hat er da einen Gästspot gebucht. G. Wie gute Tätowierer. Da müssen natürlich erstmal so Dinge wie Hygiene oder Professionalität und Beratung und so. Das sollte bei jedem erstmal stimmen. Aber wenn jemand sich auf Aquarells spezialisiert hat und du möchtest von dem etwas ganz anderes, irgendwie ein detailliertes Lining oder so, dann ist das für dich, es kann trotzdem ein guter Tätowierer sein, aber es ist für dich nicht der richtige Tätowierer. Sucht euch euren Tätowierer aus. Schaut anhand der Arbeiten, Google-Bewertungen, was weiß ich auch immer, wie ihr ein gutes Restaurant aussucht. Schaut da ein bisschen, da müsst ihr aktiv werden. Und das macht den Tätowierer vielleicht zu eurem Tätowierer und damit zu einem guten. G. Wie gut gemacht. Dankeschön und danke fürs Erinnern auch. Ja klar, Bro. Auf mich ist der Verlass. G. Wie gut gemacht.